Daunen sind ein Naturwunder. Sie sind leicht, gleichzeitig wärmend und werden deshalb schon seit Jahrhunderten als Zudeckenmaterial benutzt. Für ein sauberes und frisches Gefühl sorgt der Bettenprofi Amara mit seinem Bettenreinigungsservice. Wir schwitzen jede Nacht, da kommen auch nichts dafür. Das ist ein ganz normaler Prozess, aber das geht in unsere Polster und in unsere Zudecken rein. Mit der Zeit verfarben sie sich ein wenig, dann werden sie so gelb, kriegen so ein Randl und dann wird es höchste Zeit, dass man es zu uns bringt, dass wir es einmal wirklich runterneuern. Das heißt, wir schneiden das Inlet auf, holen die Federn, die Daunen aus, dann bei 100 Grad dämpfen und füllen das Ganze dann in ein neues Inlet rein. Dann haben sie eine komplette, neue, frische Ware und das ist ein ganz anderes Schlafgefühl. Die Bettenfedernreinigung ist eine schnelle, einfache und vor allem umweltschonende Art, Polster und Zudecken wieder auf Vordermann zu bringen. Aber nicht nur die Bettenfedernreinigung ist ein Hit. Waschen Sie regelmäßig ihr Polster und ihr Zudecken, ihr Matratzenbezug, das ist wichtig für die Schlafhygiene und für ein gutes Schlafgefühl. Viele haben daheim eine kleine Waschmaschine, kriegen die Zudecken nicht rein. Wir haben eine große, 21 Kilo. Wir waschen nur ihre Zudecke alleine, wir mischen sie nicht wie beim anderen zusammen. Wir trocknen sie gescheit durch und dann haben sie wieder ein frisches, neues Schlafgefühl. Mit der biologischen Bettenfedernreinigung und der hauseigenen Komfortwäscherei werden ihre Betten, Polster, Unterbetten und Matratzenbezüge wieder hygienisch sauber und virenfrei. Und momentan erfrischend günstig nützen sie jetzt die Bettenreinigungsaktion. Bettenammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Matikhofen, Everding, Bad Hall und Salzburg.